Ehm... Weiß ich nicht. Möglich, ja. Ist das schon ein anderes Spiel? Ja, das kann man sehen Ja, boah, jetzt kriege ich ja voll ab Ja, und wer hat schon die Snipes verlinken? Oder beschossen? Ja, doch Ich bin bis hier zum Elferwege gegangen Okay Bei mir vibriert das Ding Mein Kontrolle vibriert Na, das würde ich ausmachen Aber das könnte ich auch nicht gebrauchen Achso, rechnen Akku oder was? Bei mir spinnen Vibration Na klar Ah, das irritiert sich doch toll beim Aimen Nö Na, aber 100%ig Wenn das Ding doch weg geht Und die Witzer in Ruhe schießen Oh, die würde ich grad nehmen Scheiß Ich hab bloß in diesem Pulli gemord Ich denke, ah, feiner Ich schätze mal, dass am Mittwoch die SVA 5 für 5 unter die RAM meta wird 100%ig, hoffentlich die SVA Ja Scheiße, die findest du gut Na, die spiel ich auch Also, da hab ich vorhin richtig gut abgesahen damit Ja, die ist auch gut Die fände ja auch gut, wenn die MCW ein bisschen besser wäre Das ist eigentlich schade Ja Ja Die Striker ist ja auch geil Da hat mir André ein Bild durchgegeben Da spielt die wie eine MP Also, die geht komplett geradeaus das Ding Ja Den Baubbauern benutzt man ja auch Ja Mhm Ja Apropos Hier ist noch ein BAS B Ja Na, hier ist komplett unkupiert Was wir erinnern Das ist Uiuiuiuiui Wurde nicht lange da auch nehmen Ich meine Deswegen ranke jetzt jemanden in den Beuter Dann brauche ich eine andere Kopfschuss Na, da Ja Stehen sie kunden Angelegt sich klar Mhm Ich zähl's ja nicht Oh Oh Zu klein oder was? Wohin? 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 ganz rechts rum würde ich sagen, das passt schön hier in gelb hier rechts sind noch welche die sind noch nicht in Bewegung momentan noch nicht hier hier Ich bin nicht bereit. Also hier ist noch ein wenig runtergekommen bei gelb. Bei gelb sind wir auch bei ihm. Ja, salut. Ja, ich mach hier Trampet hier so oben, du oben Steve Land doch einer? Ja, da brauchen wir drin Läuft hier Läuft hier Einen hab ich, bleiben hab ich Wir müssen hier hin, Hand zu gehen In fact, no choice Jetzt kann man vielleicht wieder nicht hier hoch Oh, ich hab ihn jetzt noch nicht mehr an Hier ist einer Ist da jemand hier oder was? Nein, aber Danny Markiert Ich hab's da, ne? Hab jetzt wieder drei Mann gekriegt Und einer ist auch da Richtung Stop euch wo? Hab ich zumindest, glaub ich, gesehen auf der Minimap eben Ja Ja, ist unter uns gelandet Aber da Da kann Wo? Magst du doch mal? In die Richtung, ja Wenn sie runter landen, kann ich sie nicht markieren Hier, da ist einer Ja Äh, drei auf ihm Einen Assist hab ich Hm Ja Mh We're now We're now One-shot We're now He's on the gas menu He's on the gas menu I'm shot by now Da steht unten der Tür Da wird doch noch ein Shootbreak man Auf Dach Und Mehr Teams, zwei Teams Hier in der Tür oder? Ja Ja Da ist Tür drin Bei Gelb Einer Hier hinten sind auch welche gelande Ich hab keine Uni mehr Der Links ist hier Genau Richtung Container Ja ich hab keine Eier am Uni mehr Scheiße nichts mehr Ja warte mal ich kann ein bisschen was geben Ja warte mal ich hab da was gefunden Ja aber nur drei Schuss Wer ist hier noch der Gap? Wer ist da wieder? Vorsicht snipe heute hinweg Boah ich häng grad im Busch fest Du bist aber unten alleine ne? Gerade Denn die sind hier nur oben am Bergkampf Oh ich Wer hat die Wer hat die snipet ja Ah Von hier drüben Vom Turm Von dem weißen großen Turm Ich hab den Bug ich kann nicht ich renn Ja ich sehs Lass mal das Gebäude nehmen Ja Hier auf dem weißen Turm der Sniper Ja Ja Was ist okay Da muss ich nicht mehr Fuck Hier ruckelt aber auch ganz schön Hmhm Ich kann die eigentlich hinschalten noch Ich hab ne Gister, hat deine Muni die Boxen her? Ich würde sagen, geh wieder rechts Ja, mal sehen, was die nächste Zone macht, also hier ist halt ein Team, rechts ist ein Shop Wir landen, wir landen Ja, beim Shop Ja, jetzt einer Hey, hey, hey Sollte auch sagen, wir gehen rechts dann Hm Also jetzt noch nichts Oh, ja Frizi, drauf drüben Aber wir gehen mal nicht dran, wir gehen Ich würde sagen, wir sind hier oben Ja, Entdeckungsmissigkeiten lang Einen hab ich hier unten Also hier drüben sind noch zwei Gelb Stanley, guck mal, wo wir hier lang gehen Hier Komm mal mit unten Ja, ja, ich hab mir nur, ich hab mir ne Muni geholt Ja, nein, dann müsste er sicher wissen Ich muss wieder einfach fänden, wenn gut ist Ja, trotzdem gehen wir nach Armonie Ich muss auch immer suchen, ja Hier ist mal ein bisschen was drin Ich zieh's gleich noch nicht Hier oben, hier ist gleich noch Hier ist gleich noch Hier ist gleich noch Echt hoch, nicht hoch, nicht hoch Die blauen dort drüben in der Bühne Ja Ja, da ist gleich noch Ja, da ist gleich noch Ich bin hier Es ist nur oben und vermittelt in den Dage auf der Treppe Einer oben auf dem Dach Die sehn' ich verloren Was, die sehn' ich verloren Die gegen euch, ja Danke Ah, wo geh ich hin? Wo geh ich hin? Ah, da sinds oben! Oben, im Mittelding! Scheiße! Ah, nein! Guck mal, was hältst du auch nochmal? Nein! Ach, da ist auch oben drauf! Scheiße! Ich würde einen Highcround nehmen! Oh, und jetzt oben drauf ist einer! Ach, da scheiße fackten Dreckshütter! Die ganz oben ist! Ja! Kannst du zum mobilen Job, Chris? Wie du willst? Ja! Als Gas Master, oder? Ja! 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 4 zu 2! Am industriegast... bekregen die sich noch! Ach Skiernack... noch 2! Noch einer. Einer noch! 1-1 sogar über dir links 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 unten links 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 rechts Achso, mhm. Da steht über dir, ne? Ja, da steht über mir. Ja. Oh, ich spreck da runter. Jawoll! Ich dachte mir, naja, in der fünften Fall kann ich mich noch wiederbelegen. Ja, sehr schön. Das ist doch wahrscheinlich schwieriger, weiß ich. Ja. Der zweite Wind für euch. Tipptipp. Läuft. Ja, das ist ja. Dein Sackschutz ist das. Cool. Oder erst, dass wir den kaputt gehen. Der Sackschutz ist das. Ja, der hat halt keinen Untergrund. Vor allem in so einer Ecke da. Unter der Brücke im Durchschnitt oder so. Wie ist das fast nicht? Boah, irgendwie hab ich viel Kiss gemacht, was da hinkommt. Wirklich. Danke.